Und damit herzlich willkommen wieder zurück bei Let's Play Commander Keen, Teil Nummer 6. Wir sind ja immer in dieser Art von Fabrik. Ich hole, ich kralle mir gerade die restlichen Punkte. Okay, hier nach oben komme ich jetzt so nicht. Dafür hier. Und hier. Und hier. Und hier gibt's Schuss. Oh! Kommt hier was? Sag ich jetzt nur, okay. Ah, hier unten gibt's auch noch Schuss. Wer damit? Oh, Schittismus! Oh nein, ich bin so, ich bin so schussgeil. Ich kippe die Munition! Ich kann damit... Oh! Ah, nein! Ich kann ohne den nicht leben! Wartet mal, ich kann auch ohne Pogostick hier hoch. So, so. Ach, kommt, scheiße, mir auf die Schuss. Ich hab irgendwie keine Lust mehr, nach jedem Schuss irgendwie zu jagen oder auch nicht. Ach, hier ist noch Schuss. Wie war das gerade nochmal mit den Schüss? Hier sind noch welche. Alter, es lasst mich doch mal hoch! Da! Merci. Lass mich schnell hoch. So. Hier oben habe ich jetzt gerade irgendeinen Viech gesehen. Nein! Okay. Es ist egal, denn wir haben jetzt zumindest... Was flitzt denn hier vorbei? Ach. Nichts außer Helga, der verlorenen Plattform von Usbekistan? Keine Ahnung. Ach, vergesst einfach, ich rede gerade kompletten Dünnschiss. So. Hier sehe ich irgendwie... Oh, ein Viech sein! Okay, das Viech hat sich gerade auch verbuggt und wusste nicht, wohin. Hat irgendwelche spastischen Zuckungen bekommen. Äh... Nein! Return to game. Bitte! Was kommt hier? Ich ahne, hinter jeder kleinen Ecke irgendwas Schlimmes. Nein! Und hoch! Ich gucke zuerst einmal, was es hier gibt. Aha! Ach, einen Switch gibt es hier. Erst einmal die Punkte einsammeln. Was ist hier unten? Okay, eine Enviva. Und hier oben... Oh, lauter Knöpfe! Also, ich merke schon... Dieses Spiel will einfach nur Knöpfe. Es will Knöpfe, es zeigt uns Knöpfe und wir sollen damit irgendwas Sinnvolles anfangen. Ohne dabei selber dem Wahnsinn zu verfallen. Hä? Okay. Oh Gott, das wählen! Ah, hier ist schon das Exit. Deswegen würde ich sagen, wir speichern jetzt mal hier kurz ab. Nein, ich will das Spiel noch nicht verlassen. Das wisst ihr doch mittlerweile. Zumindest solltet ihr das wissen. Nein! Was? Wie weit denn noch? X-Rack! X-Rack, was ist mit dir? Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich lade es einfach. Was? Genau. Aha. Okay, das ist nicht das Ende. Denn die Frage ist jetzt nun, wie wir an diesem grünen Dünnschiss vorbeikommen. Nein, wartet! Ich möchte hier nämlich durch. Nein, lasst mich in Ruhe. Seht ihr, er hat schon ausgeholt, der Typ. Okay. Was ist denn hier? Was macht denn diese Plattform? Um Gottes Willen! Ja, ich sehe hier noch einige Plattformen, die sich nicht so zu 100% irgendwie bewegen, beziehungsweise bis gar nicht bewegen. Dagegen sollte man etwas machen, wie zum Beispiel diese hier. Wobei, man kommt ja auch so hoch und deswegen verstehe ich nicht, wohin uns diese Plattform hinbringen hätte sollen können müsste. Ich weiß nicht. Ich bin wieder schon so am Grübeln, dass ich nicht weiß, wo oben und unten ist. Aber was ich jetzt auf jeden Fall mache ist, denn, äh, wer sich doch ans Level, an den Levelanfang erinnert. Genau, gab es hier sowas? Würde ich gerne wissen. Hallo? Da kann man jetzt nicht durch? Wieso kann man hier nicht durch? Normalerweise kann man durch sowas hier durch. Ach. Nein! Einfach positiv denken! Einfach nur... Positiv denken! Wisst ihr was? Wir wissen zumindest, wo wir und wie wir an den Key kommen. Denn, äh, so schlimm ist es jetzt so wieder auch nicht, was hier passiert ist. Ja. Lass mich einfach durch! Ganz genau, jetzt speichere ich mal hier ab, damit wir dann, äh, zumindest nicht mehr so weit laufen müssen, weil sie sich hier wieder verkacken. Hallo? Was? Positiv denken! Positiv denken! Positiv denken! Alter, ich hab Schiss zu dem Ding jetzt! Was? Wenn mir nicht das eine gelingt, dann gelingt mir das andere nicht. Lass mich in Ruhe. Ich versuche nämlich, das Viech jetzt zu erledigen und gleichzeitig irgendwie in diese Kacke zu kommen. Dann! Wie komme ich denn an den Key? Jetzt. Lass mich doch in Ruhe, du scheiß Viech! Einfach abspeichern! Auf alles scheißen! Einfach abspeichern! Einfach abspeichern! Wir haben es geschafft! Okay. Jetzt können wir hier auch... Was? Jetzt können wir auch nicht hier lang... Was mache ich? Ich wollte da gar nicht rein. Ich wollte nach oben gucken und dann drücke ich nach rechts. Ja, willkommen bei Commander Keen Teil 6, wo man... Wo das Prinzip eigentlich nur darin besteht, die Knöpfe richtig zu drücken und auch im richtigen Moment zu drücken. Aber leider bin ich nicht imstande, diese einfache Aufgabe auszuführen. Warum nicht? Weil... Ich habe keine Ahnung. Lift! Danke. Okay. Ich jetzt... Jetzt einfach Achtung, ob hier nicht irgendwie... Was? Jetzt kommt schon ein X-Rack! Meine Güte! Ich kann doch nicht alle 5 Meter abspeichern, nur weil ich hier irgendwas nicht hinbekomme. Ist doch lächerlich mittlerweile! Oh, das ist eigentlich doof, weil ich hier eigentlich nichts war. Stopp! So! Jetzt kann ich abspeichern! Nach 10 Metern! Nach 10 Metern geht es, nach 5 nicht. So, das ist die x-ische Logik. Einen Moment, hier gab es doch irgendwie so ein Band, ganz genau. erst mal hier rauf. Okay, und ich glaube, so sind wir dann wieder hier hochgekommen. Okay, einen Moment. So! Die Sache ist jetzt nun die... Es gibt hier noch einige Plattformen, die sich nicht bewegen, aber sind sie einfach nur so gesehen zu Dekorationen da, oder... Wie darf ich das verstehen? Ich verstehe es langsam nicht mehr. Okay, sieht gut aus. Oh nein! Okay, das sieht gut aus. Sehr gut! So, und... Geschafft! Okay, wohin jetzt? Gott, das sieht mir wieder so unheimlich aus. Blugton Tower. Oh! Erstes Ding, was wir machen. Abspeichern, Welt Nummer 9, würde ich sagen. Okay, was erwartet uns hier? Ich habe hier schon mal was gesehen. Die Musik! Die kenne ich gar nicht. Hier komme ich nach oben nicht. Da ist ein Key. Ah, einen Moment. Seht ihr das? Sieht euch das an. Das ist doch das geilste Secret, welches ich... gesehen habe. Kommt man hier irgendwie zu dem Key? Ach, komm schon! Nee. Okay, ich habe... Ah! Ich habe es verstanden, aber... Ach, hier ist noch ein Secret. Zieh mal einer an. Mach schon! Ah! Was? Das wollte ich doch gar nicht. Wollte ich hier... Ist das irgendwie so ein Non-Stop-Secret-Gebiet oder was? Wow! Lasst mich mal hier hoch. Da oben gab es noch Schuss. Die möchte ich alle haben. Ich finde die Musik so toll. Was war das oben? Das muss ich mir ansehen. Was ist das oben? Was bist du denn? Wie viele Augen hast du? Fünf. Und gelbe Zähne. Geh und putz dir die Zähne mit Zahnpasta, bitte. Ich möchte hier noch... Ich möchte hier noch wenigstens... Äh... Ja. Frisch geputzte Zähne sehen. Was? Ach, das ist doch... Oh! Das ist doch der Typ mit dem... Ich habe dazwischen nicht abgespeichert, oder? Ich habe dazwischen überhaupt nicht abgespeichert, oder? Wie sieht es aus? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist doch scheiße. Ich versuche hin und weg von der Welt, dass ich gar nichts gemacht habe. Das ist doch doof. Hier gibt es nichts. Ich frage mich jetzt ganz im Ernst, wie ich jetzt ein... Wartet mal. Wir gehen jetzt mal zu diesem Secret. Hopp. Hopp. Kommt da ein Lift? Ja. Zuerst holen wir uns mal die Muni. Kommst du? Lift, bitte! Ich muss nach oben! So. Wenn ich jetzt die ganze Munition hier oben aufgesammelt habe, dann... muss ich abspeichern. So, die Punkte sind mir eigentlich kackegal. So, aber jetzt speichere ich mal hier ab. Safe Game. Zwischenspeicher. So, wie wir es halt immer üblich hier haben. Lass mich hoch! Hier ist auch noch so ein Secret. im Moment. Gibt es irgendwo eine Plattform? Oder war das der Lift? Nee, das war nur der Lift und die ein paar Punkte da. Die 2000 Punkte. Okay. Lass mich einfach hoch! Ja. Jetzt speichern wir aber auch ab, denn vor diesem Feicht habe ich Respekt. Das wird mich sicherlich tötten. Das wird mich tötten. Dann schlägt es mich seinem Knüppel rein. Einfach! Du! Okay. Und jetzt einfach mal... Ob! Was macht das? Okay. Ich habe keine Ahnung. Was macht... Doch! Okay. Das war mal ein Fehler. Oder? War es ein Fehler? Ich meine, ich müsste auch noch gucken gehen, was es hier so gibt. Ja, ich überprüfe, ob es hier nicht irgendwelche weiteren versteckten Secrets gibt. Und tschüss! Lass mich einfach hier hoch! Ja, ein bisschen Cola, schade auch nie. Schon gar nicht, wenn man ein Schaf auf Karies ist. Oh nein! Der Lift ist mir entwischt! Na? Ah nein! Doch nicht so! Passt. Endlich! Was ist hier oben? Nur ein Eis? Und was ist das oben? Ah, ein Vogel! Was ist das? Seid verdächtig nach Secret aus. Tut mir leid. Ich bin da... Ich bin da so Secret geil! Okay, ein bisschen mehr Schüß. Oh! Okay, da war ein Secret! Uhu! Okay, aber das war es jetzt hier, oder... Oha! Oha! Nein! Nee, oder? Ein Moment! Ich muss hier gucken. Hat sich hier was getan durch das Umswitchen? Nee. Es ist weiterhin ein bisschen mysteriös, wie man jetzt dahin kommt. Lass mich doch mal hier hin. So, Plattform, nimm du mich mal hoch, denn ich verstehe wieder mal nicht, wo ich hin muss. So, das 5-äugige Monster habe ich jetzt mal erledigt. Und es ist wieder mal Zeit, hier mal kurz abzuspeichern. Und nicht nur das, es ist Zeit, wieder mal einen Cut zu machen. Ich fahre mich nur ganz kurz hier mal rüber. Okay, hier gibt es nichts. Wieder an dieser sicheren Ecke, würde ich sagen. Äh, bedanke ich mich für's Zusehen. Vielen Dank, äh, für eure Aufmerksamkeit. Gott, das wird jetzt total offiziell. Äh, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und, ich bin weg! Ich bin weg! Und, Vielen Dank.